Und hallo Leute, willkommen zu einem neuen Manga-Review von dem Kapitel 685, alles was ich habe. Punkt, 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 Ausrufezeichen. Ja, das fing so an, in dem Kaguya, ja, in dem letzten Kapitel, Naruto, da immer so durchbohrt hat mit ihren Knochen, Jutsu, das mal hier Ding drauf hatte. Ach, ich habe den Namen zu vergessen, das ist gerade unwichtig, aber hier ist was ich meine. Aber der Naruto, der gestorben ist, war ein Doppelgänger, der verschwunden ist dann auch auf einmal. Der andere Naruto hat dann die Gegenwart von Ding gespürt noch. Obito, genau wo Kaguya verschwindet und die Narutos den folgen, hat Obito es geschafft, in die Dimension reinzugehen. Er hat sich dann teleportiert mit Sakura, das glaube ich war, auch mit Naruto, ja doch, mit Naruto und Sakura. Dann haben die in die Dimension eingetaucht von denen. Kaguya sieht das, ist ein bisschen angeschockt, sagen wir mal so, oder wie man es nennt. Und dann auf einmal wollten die versuchen, Sasuke zurückzuholen. Die versuchen jetzt jede Dimension nach und nach zu durchsuchen. Und Sakura setzt ihr Jutsu ein, um Obitos Chakra zu geben. Obitos Augenbluten wegen, weil er durch die Dimension reisen will. Er geht die Dimension durch und findet Sasuke gerade nicht. Obitos ist extrem angeschlagen, fällt fast zusammen, aber er sagt, dass er weitermachen will. Dann hat sich die Lage geswitcht zu Naruto und Kaguya, wie Naruto und seine Kaguushins gegen sie kämpfen. Es gehen immer weiter und weiter welche dahin. Und auf einmal hat sich das Blatt zu Sasuke gewandt, wie Sasuke in der Wüste ist und rumläuft. Und versucht einen Ausgang zu finden, obwohl er ganz kurz mal ein Chakra von ihm, das Chakra von Naruto gespürt hat. Er ist direkt dahin gerannt, hat direkt auf der Stelle gewartet. Und dann auf einmal kam irgendwas aus einer Dimension Lava gespritzt oder so. Ich weiß nicht was, das war irgendwas heißes, kam auf Sakuras Weste. Sakura hat die Weste direkt ausgezogen, hat ein paar Wunden mit sich genommen. Aber das war jetzt nicht so schlimm, dass sie aufgeben möchte, aber sie wollte direkt wieder weitermachen. Sie hat gesagt, das ist egal was passiert, sie will Sasuke wieder bringen, also wieder mit ihm. Wie soll ich das sagen jetzt? Sie will ihn einfach wieder bringen. Und Obito findet das recht, sagen wir mal so, gut von ihr. Von ihr. Jetzt jetzt noch mal Kamuya und findet Sasuke. Die sehen ihn, sie sehen ihn, rufen ihn. Er kommt angesprintet. Das Loch schließt sich. Aber mit dem letzten Rest ihres Chakras, das sie in Obito reingepumpt hat, hat Obito es noch geschafft, das Tor offen zu halten. Sie fällt langsam zurück und Sasuke fängt sie auf. Ja, und dann hat Obito gefragt, wie er es geschafft hat, sich direkt hinter hier zu teleportieren. Der Grund wäre, dass er die Plätze tauschen kann mit einem Objekt und dann auf einmal sah man, wie die Weste von Sakura da lag. Ja, so hat die Folge endet, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war meine letzte Folge von Deutschland aus, weil ich werde dann ab heute in den Urlaub fliegen. Das Review wollte ich extra heute noch hochladen. Eigentlich hätte ich es doch gestern aufnehmen und hochladen können, aber ich wollte es ausgerechnet heute. Na ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht kommt man die nächsten Reviews von Türkei aus. Oder vielleicht auch hier nach meinem Urlaub. Mal schauen, wie es ausfällt. Na ja, bis dahin und ciao. bei einem Druckru LAN Malenfall. My wish. Bei einem nicht.